Und hiermit herzlich willkommen zurück zu Mist. Survival. Ich hoffe, ich mach keinen Mist. Bis jetzt finde ich das Spiel ja echt schön. So. Ähm. Was wollten wir... Ach ja, wir wollten jetzt mal eine Runde schlafen auf dem Boden. Das hatte ich schon probiert, als ich angespielt hatte damals. Ähm. Auf sieben... Auf sieben war das, genau. Hat er Pikachus Aura wacht? So, wann ist denn hier morgens? Sechs Uhr? Äh. So, fünf Stunden. So sechs, macht elf. Schlaf mal. Oder geht unser... Oh, 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 wir verdursten, Alter. Warte mal, wo hatte ich denn jetzt hier mein Trinken? Ich glaube hier. Gleich mal... Trinken. Oh, das ist echt ein Problem, Alter. Also alles wegschlafen kann man hier nicht. So viel ist gewiss. Aber guck mal, jetzt geht's wieder. Und der Hunger... Eat. Boah, Kater. Ist voll unentspannt mit dir. Bleib mal ruhig. Hat er Pikachu? Ja, Mau. So. Okay. Wir wollten jetzt... Äh. Wo war's denn? Wo war der denn? Äh. Äh. Ähm. Äh. Da. Genau. Also. Wir gehen jetzt erstmal ein Bäumchen fällen, würde ich sagen. Damit wir... ...diese Holzbretter machen können. Und da müssen wir unbedingt Metallscraps finden. Das ist der Plan. Oh, herrlich. Ist das schön. Ich find's so schön, wirklich. Herrlich. Ui. Ups. Okay. Welchen Baum nehmen wir denn? Ich nehm jetzt hier mal einen in der Nähe am besten. Wo hatte ich denn meine Axt? Der 1. Okay. Der 1. Zück mal deine Axt. Was ist denn mit der Krücke hier? Schreck mal her, ja? Oh, wächt den Dreck. Ups. Der Soundeffekt ist richtig nice. Find ich. Was haben wir hier? Wie? Find ich noch was abgestürzt? Ach, guck mal hier. Wir fallen noch zwei runter. Ich weiß nur noch nicht, wie ich an der Rinde komme. Einmal. Zweimal. Dreimal. Guck mal hier. Blueberry. Okay. Wie viel Platz haben wir denn noch? Guck mal, da kriegen wir doch noch was weg, würde ich sagen. Hier ist noch ein Steinchen. Bums. Ja, nein. Der Soundeffekt ist richtig stark, finde ich. Sehr realistisch. Oh, da fallen Sachen runter. Schauen wir uns gleich an. Wo denn? Leaf. Ranch. Wo sind die denn? Ach, hier. Bum. 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 Wie viel Platz haben wir noch? Ach komm, das reicht. Dann gehen wir erstmal nach Hause. Planen wir erstmal unsere Locks ab. Vielleicht reicht's ja auch schon. Boah, hast du gerade den Schatten gesehen? Man hat nur die Arme gesehen. Sehr putzig. Ähm. Warte mal. Wo war denn jetzt unsere Säge? Unsere Säge. Machen wir die Sticks hier rein. Machen wir den hier rein. Ähm. Der Hunger. Oh, oh. Ähm. Hier ist ein Säge. 16 Mal brauchten wir das. I. Und. Hier. Wir brauchen 16. Krieg ich. Oh ne, so viel will ich nicht. 16. Drei Stunden braucht er dafür. Oh, dafür geht aber sehr viel Zeit. Und der Hunger und der Durst. Ach du Scheiße. Aber dann haben wir es erstmal. Und dann können wir erstmal wieder erkunden gehen. In der Hoffnung, dass wir essen und trinken finden, Alter. 8, 8. Okay. Äh. Warte mal rein hier. Warte mal. Ich mach mal die Locks hier erstmal rein. Den Stein hatte ich auch irgendwo. Wo war denn das? Ne. Können wir noch gleich ein Apfel essen. Äh. Wo hatte ich denn die Säge jetzt hier? Da. Mal rein da. Hier hab ich noch so einen. Leinchen hab ich. Ja, den kann man mal essen. Und. Irgendwo war noch jeder Apfel hier. Wir essen den mal. Lecker schmecker. Okay. Huch. Was war denn das? Angst. Voll geklippt hier. Okay. Äh. Scheiße, wo geht man jetzt hin hier? Vielleicht einfach mal die Straße runter. Da. Ui. Wups. Warte mal. Wir schauen mal kurz auf die Karte. So. Wir sind ja hier. Links von uns ist der See. Wenn wir jetzt die Straße hier runter geben. Dann ist dort noch ein Häuschen. Und noch weiter runter kommen hier auch noch Häuschen. Okay. Also die können auf jeden Fall lang laufen. Let's go. Äh. Warte mal. Wir können ja hier mal ein paar Blätter, Steine, Noten wegschmeißen. Können wir die immer noch. Dum 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 dum. Huch. So. Die Straße hier runter. Wir finden noch einen Weg ab. Da ist noch ein Auto. Ist hier irgendwas? Da ist nichts. Da ist nichts. Da ist noch eine Hütte. Oder war das unsere Hütte? Es kann sein, dass es unsere Hütte war. Ich weiß nicht. Hat der ja ein Handschuhfach. Ja. Was haben wir hier? Eine Schere. Okay. Und Stifte. Okay. Stifte sind natürlich nice. Machen wir uns zu hier. Oh, muss ein. Hier drin. Er hat was drin. Kann man das... Ah ja. Kann man abzapfen mit einer... Mit irgendeinem Kanister. Oder so wahrscheinlich. Das war ja hier... Da haben wir ja angefangen. Wenn mich nicht alles täuscht. Guck mal hier. Das haben wir gar nicht gesehen. Wir haben uns hier nicht gut umgeschaut. Aber mehr war nicht. Hier war ja nur die Kiste dennoch. Okay. Wollen wir doch mal schauen hier. Ob wir hier was finden. Irgendwo muss ja hier noch eine Hütte sein. Wir haben ja einen. Wir sind jetzt hier. Da unten. Ich denke nur hier unten muss was sein. Ich will mal kurz speichern. Weil ich nicht weiß, was uns erwartet. Oh, gucke mal. Der ist ja cool. Und noch ein Stick. Komm mal mit. Cooler Turm. Ah, Metallscrabs. Genau die wollen wir haben. Noch was drin. Ah, wunderbar. Hab ich nicht im Wolf gehört. Da ist ein Wildschwein. Flashes. Die brauchen wir ja auch. Nice. Metallscrabs. Ich glaube Wölfe sind auch sehr gefährlich. Komm mal hier. Flashes. Nice. Und hier sind auch noch mal Components. Okay. Wir gehen mal nach oben. Oh cool. Hier ist noch Feuerholz. Oh, wir sind wieder fast voll. Ey, das ist so scheiße. Aber wir können ja... Oh, das können wir auch beanspruchen. Oh. Oh, wow. Shame. Das ist ein Hocker. Hier ist ein Bett. Was ist hier drin? Nichts. Was ist hier drin? Der ist... Achso, warte mal. Wir haben noch hier unsere... Aber die habe ich jetzt nicht bei, ne? Aber den können wir aufbrechen. Noch Feuerholz. Aber die sind alle nicht nutzbar. Schade. Oh, eine Regenjacke? Können wir noch anziehen? Ja. Mensch. Das Gesicht... Sieht... Sieht aus wie Photoshop, Alter. Als wenn einer keine Ahnung hat von Photoshop... Wem war ich denn mit Shame? Aha. Um Kettensägen zu... ...reparieren. Also, was habe ich noch nicht? Aber können wir ja erstmal mitnehmen. What we have, what we have... Oh, das ist ja nice, eigentlich. Ein schöner Sessel. Oh, ich höre Wölfe. Sehe ich die irgendwo? Sehen wir mal hier. Können wir nichts machen? Oh, ein Baseballschläger. Oh yeah. Oh yeah. Sehen wir mal. Die Machete, die ist schon fast kaputt. Zeig mal her. Ja. So mag ich das. Okay. Cool. Da ist ein Wildschwein. Mit einem Ferkel. Oh, können wir... Da ist noch eins. Können wir das alllegen? Schaffen wir das? Wir können ja vorher speichern. Ich glaube, das möchte ich mal gerne ausprobieren. Ob wir die Olle Sauer legen können. Stein hatte ich ja drin, ne? Können wir die Olle Sauer legen, ja? Den Speer können wir auch werfen, ne? Warni. Blätter, da habe ich die Beier. Da. Das ist ein Ferkelchen. Na, das ist ein arme Ferkelchen. Will ich aber nicht zerlegen hier. Reifen die mich an? Oh, guck mal. Da ist noch ein... Dingsbums. Weißt du, was ich meine? Oh, da. Wir haben kein Fahnenkreuz. Oh, das war nicht gut. Wo ist denn der? Alles gut bei dir? Wo ist mein Speer? Ist er weg? Wann bin ich fertig? War ich noch? Oh. Was ist mit dir? Oh, renn die jetzt weg? Wo ist mein Speer hin? Hallo. Wo ist mein Speer? Scheiße. Und ich habe kein Messer dabei, um mir einen neuen zu machen. Hä? Ich dachte, ich kann ihn wieder aufsammeln. Was ist denn das für ein Scheiß? Da ist er doch. Oh, Junge. Okay, dann müssen wir nochmal probieren, ja? Ja. Ich will ne Sau. Wo sind die jetzt hin, Alter? Wo seid ihr? Ich finde euch. Aber hier hat er auch ein... Ist das ein Wolf? Das ist ein Wolf, ne? Ist das nicht gut? Wolf ist nicht gut? Ja, ich hör dich. Boah, scheiße. Wo sind die jetzt hin? Das ist doch ein Rotz. Voll verkackt, Alter. Scheiße. Weil wir haben ja jetzt auch nichts zu essen und zu trinken gefunden. Das ist natürlich nicht so gut. Und mehr ist hier auch nicht. So, was haben wir denn jetzt hier alles? Wie viele Metallscrabs brauchte ich denn für die Werkbank der Wasser? Zehn. Und ich habe erst fünf. Aber ich habe noch was zu Hause, ne? Ich glaube, ich habe noch was zu Hause. Zu Hause. Stick. Branch ist es, besser gesagt. So, hier war die Straße. Wir müssen uns wirklich irgendwie langsam... Da ist doch unser Zuhause. Ich sehe es doch. Äh. Wir müssen wirklich langsam irgendwie mal... Fleisch oder irgendwas. Das wäre... Äh... Vom Worteil. Hier sind dann noch Sticks. Das ist wirklich ein Problem. Das ist ein Problem. Warum ist denn die Tür schon wieder auf? Ich habe doch gar nichts aufgemacht. Das verstehe ich nicht. Und Rinde bräuchte man auch mal. Gehen die Türen hier völlig random auf, Alter? Sind da los? Wird zugemacht hier, die Scheiße. Gehen die Türen hier zu? Hier zu gehen da an. Oh ja, die Buggy-Tür. Ja, die ist Ast rein. Danke schön. Ich fühle mich ein bisschen besser mit. Die ist... Die bleibt zu. Aber die anderen... Gehen immer wieder auf. Ich weiß nicht warum. Okay. Äh... Bam, 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 bam. Wie viel steckt denn das hier? Oh, das steckt ganz gut. Äh... Firewood. Das ist ein Problem. Ich habe zu viel, Alter. Ich habe zu viel Feuerholz. Äh... Ne, noch ein Pencil. Ich weiß nicht genau, was ich mit der Schere mache. Äh... Äh... Lashes. Nichts mehr zu essen. Das ist... Sehr, sehr gut. Sehr, sehr gut. Gute Voraussetzungen, um zu überleben. Ist... Nichts zu essen. Ich habe gar keine mehr davon, dass da noch nicht so gut ist. Ich brauche die erstmal hier rein. Oder Machete. Ich brauche die auch erstmal hier rein. Ob ein Baseballschläger. Das fetzt. So, wo gehen wir denn jetzt hin? Äh... K... Was ist die Map? Wenn wir hier nochmal schauen. Wir waren jetzt da. Gehen wir hier die... Straße nochmal runter. Ja, und dann schauen wir da mal nach. Was da so los ist. Wir haben jetzt das Rad nicht mitgenommen. Oh, ich bin ein Depp. Ich bin ein Depp. Da war doch noch so ein... So ein Rad. Damit wir uns so ein... Kart machen können. Was war da? Nach dem Blättchen. Ist mir jetzt erstmal egal. Da, 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 da... Was ist das hier? Hat Stick. Den brauchen wir. Den brauchen wir auf jeden Fall. Da ist noch einer. Da ist noch witz. Da, 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 da. Noch ein Weg. Ich glaube, Sticks und so... Die braucht man. Für jeden möglichen Schnulli. Die nehme ich mal gerne mit. Wie sieht's ja aus. Oh, der Durst. Ach du Scheiße. Wie, da gibt's nichts zu trinken. Dann kotze ich aber im Strahl, ey. Ohne Scheiße jetzt. Let's go. Da vorne, ne? Ich hoffe natürlich, dass da jetzt keine Zombies oder so sind. Das wäre echt scheiße. Wir müssen mal speichern hier mal zwischendurch. Entschuldigung. Speichern sollte man nicht vergessen. Ist da auch noch was? Kann sein. Okay, hier ist was. Was ist das? Ah, ist das der Schrottplatz, wo die Zombies waren? Ich glaube, das ist der... Ich glaube, da waren Zombies drauf. Cheater? Aber hier gibt's Metallscrabs. Rack ist okay. Ich glaube, hier waren Zombies. Ah, das ist mir jetzt ein bisschen zu heiß hier. Knister. So. Ist da was drin? Unsafe. Ist da was drin? Okay. Kann ich absapfen? Nice. Ja, damit. Trinkt mir zwar noch nicht so viel. Was ist das hier? Nichts. Nee, das ist mir jetzt ein bisschen... Hier bin ich nämlich gestorben. Aber wir können ja eigentlich speichern und mal nachschauen. Wir können ja hier speichern. Und wir schauen einfach mal nach. Was können wir machen? Er kam irgendwie von da, glaube ich. Hier kommen wir auch nicht ins Häuschen rein. Schleichen ja mal. Frack habe ich im Inventar. Da sind Components. Metallscrabs. Weiß nicht, ob man hier reinkommt. So weit war ich noch nicht. Müssen wir hier mal reinschauen. Sieht ziemlich groß aus. Man kann hier nur bedingt reinschauen. Da haben wir gespeichert, ne? Schau mal hier. Mit dem Muni. 9mm. Beefcan können wir gleich navigieren, ja? Ja. Also die Animationen finde ich wirklich nice. Dehydrate, ach du Scheiße. Das ist nicht gut. Und was zu trinken habe ich hier nicht. Shit. Das ist da. Das hat Components. Noch ein Brecheisen. Vielleicht noch Platz hier. Komm, wir nehmen es einfach mal mit. Jetzt noch was aufbrechen müssen. Ja, hier scheinen aber doch keine Zombies zu sein. Oder hatte ich da Nebel? Und hab's nur nicht gerafft. Das kann auch sein. Oh Gottlob, Alter. Gottlob, was zu trinken. Oh, haben wir ein Glück? Haben wir ein Glück? Oh Gott. Nice. Okay. Kann ich hier auch noch reinschauen? Die sind schrottreif. Ist hier noch was drin? Da ist noch was drin. Das kann man noch abzapfen hier. Why not? Dauert ein paar Minuten. Aber okay. Ist hier noch irgendwas? Das sieht nicht so aus. Kann ich mich reinsetzen? Da ist nichts mehr drin. Okay. Oh. Okay. Okay, aber hier scheint es keine Zombies zu geben. Das ist nice. Haben wir hier? Haben wir noch was zu schnabulieren? Ein Chocolate Bar? Oh. Hier geht's nicht rein. Ist ja schrottet. Metall Scraps. Nice. Okay, wir haben doch noch gehabt. Doch kein Zombie. Ich dachte. Hier. Eine leere Flasche. Weiß nicht, ob man die vielleicht nur für Mottis oder so braucht. Wenn ich hier noch in irgendeine Karre gucke. Sieht, als man hier so raus... Oh, guck mal. Hier sind noch Scraps. Hier noch irgendwas drauf. In das Auto können wir bestimmt mal schauen. Ich speichere hier mal zwischendurch. Wird paranoid. Hier können wir auch nicht reinschauen. Hier sind noch Metall Scraps. Components. Nice. Da ist auch noch ein bisschen was drin. Guck mal hier noch was. Eine Schere. Nägel. Nice. Scissor. Haben wir eigentlich schon. Brauche ich jetzt nicht mitschleppen. Hast du ein... Guck mal hier. Eine Zigarette. Pencil. Nehme mal. Ich weiß nicht, was ich mit der Zig... Ob die irgendeinen Effekt hat. Ich weiß es nicht. Hier ist nichts mehr drin. Okay. Hier sind noch Racks. Guck mal noch was. Okay, nice. Das war doch eine richtig gute Ausbeute hier. Okay. Wie sieht es hier aus? Die sind relativ voll. Wir haben einen Kanister hier. Ich würde sagen, wir gehen erstmal Richtung Heimat. Und... Wie viele Metall Scraps haben wir? Das reicht für die Werkbank. Dann können wir die Werkbank machen. Und dann geht es hoffentlich ein bisschen vorwärts. Das wäre nice. Das wäre richtig nice. Vielleicht holen wir noch schnell das Cardwheel. Wo war das? Wir sind jetzt hier. Wir müssen dann da... Darunter zum Turm nochmal. Das würde ich gerne noch mitnehmen. Wir haben ja noch einen Slot frei. Dass wir... Wo war das? Da und so. Damit wir... Demnächst unser... Schnulli machen können hier. Wo waren wir? Da. Vielleicht sehen wir auch nochmal ein Wildschwein oder so. Let's go. Die Stamina. Lass mich hier durch, Alter. Will er nicht. War hinter dem Schuppen, ne? Das Cardwheel. Müssen wir auf den Wolf aufpassen hier. Ich weiß nicht, wie weit er hier so rumläuft. Wer war da hinten eigentlich? Nicht? Untertitelung des ZDF für funk, 2017